So, auf jetzt. Scheißspiel ey. Mach Aufzug jetzt, go. By the way, wir sind jetzt hier wieder in Dead Space 2, Folge 11. Und diese Scheiß-Unsinne. Oh Gott, fick dich, du Arschgebrot, Alter. Ich spumst dich, bevor du mich spumst. Bam. Schon wieder tot? Ich nehm jetzt Scheißschuss und Gewehr. Go, lad. Auf, jetzt. Geh mir die andere Waffe jetzt. Fuh, Fuh, Fuh. Wo, 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 wo. Du Hörnsohn, Alter. Da muss man sich jetzt nett aufregen, oder? Dass man da jetzt schon wieder gestorben ist. Und nochmal einen Aufzug benutzen. Oh, ich liebe Aufzüge. Oh, das ist das Beste in dem ganzen Spiel. Aufzüge. Als hätte man nichts Besseres zu tun, als so einen Scheiß-Aufzug benutzen. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Ja, komm, knutsch mich. Ja. Yeah. So hab ich's gern. Ich raff's nicht. Ich hab jedes Mal die andere Waffe und der gibt mir so einen Scheiß. Jetzt aber. Halt es, Maul. Halt es, Maul. Halt es, Maul. Halt es fest. Boah, boah. Lad nach. Boah, jetzt lass es. Lass es, lass es. Du kannst vom Glück sagen, dass du das jetzt überlebt hast. So ein Mongor, ey. Gib mir die Waffe jetzt. Ich muss leben. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, leben. Oder auch nicht. Ich hör nichts. Ich versteh nichts. Blablabla, blablabla. Ich nur, Mann. Du stirbst von überall. Überall ist irgendwas und du hast... Ich bin jetzt hierher gekommen wegen einer Munition. Das ist wunderbar. Wunderbar. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Was? Stirb. Stirb. Hallo. Stirb. Stirb. Ich habe keine Munition. Lass das. Ich habe eine Munition. Was ist das? Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Halt es faul. Mir hilft eine Munition. Wunderbar. Schon wieder ein Aufzug. Leben, Mann. Blablablabla, blablabla. Nervt mich nicht. Jetzt schon wieder. Fick dich. Dich und dein Munition. Warum kommt die überhaupt? Jaja, ist ein Schwachstelle. Jaja. Ich sehe es, wie ich es angreife und sterbe. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Stirb. Nein, ihr bösen Fischer. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als da jetzt zu sterben. Ey, wenn ich jetzt sterbe. Ich schwöre es euch. Stirb. Gib mir Leben. Ich schwöre es euch bei Gott. Wenn ich jetzt sterbe. Ihr Mokofiecher, gib mir Leben jetzt. Ich bin halber am Verrecken. Sag mal, was ist da los? Das ist mein Leben. Ja. Leben. Dankeschön. Ist hier noch irgendwas? Nein. Das ist das. Brauche ich nicht. Was ist das? Brauche ich nicht. Hier, gib. Ja. So. Boom. Bumm, mehr Leben. Ba, 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 ba. So, ich speichere hier erstmal. So, bestätigen. Yassi. Go, go, go. Aktivieren. Keine Ahnung, was das ist. Aktiviere einfach. Getriebe überprüfen. Was für ein fucking Getriebe? Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn Sie reparieren müssen. Ähä. 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 Der ist es noch, oder was? So, ist es fertig jetzt. Fertig. Ist gut jetzt. Aktivieren. Ich kann mich nicht bewegen. Wer ist das? Wer ist das? Fischer, Alter. Allesamt. Ja, ja, ja. Nachladen. Ja, ja, ja. Wer hat den Kampf immer nachladen. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab auch nichts mehr sonst zu tun. Benutzen, auf. Alles benutzen. Warum hast du nicht gesagt, du wusstest, dass es tot beleistigt? Dachtest du, ich würde dir vergeben? Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht, Nicole! Wer ist das? Ja, ich will jetzt auch schreien. So dumm wie du bist, ey. Wie oft habe ich dir schon in diesem Spiel gesagt, du musst so aufhören, sonst Drogen zu nehmen. Nee, der Witz ist nicht mehr witzig, weil es ist einfach so. Hör auf. Aufmachen. Ich werde dir eh fügeln, die. Die Futter. Er starrt mich an, Isaac. Strauss nicht mehr zu. Hör sie mir doch zu. Hör auf mich an zu starten. Hören Sie sich doch. Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich, ich weiß nicht. Etwas muss die Fähne blockieren. Bleiben Sie hier. Ich seh mich mal um. Das Spiel will einen verarschen, oder? Das Spiel will doch ernsthaft einen verarschen. Ja, 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 ja. Oh, meinst du schon? Oh, da ist noch was. Medis, yeah, ich liebe Medis. Oh, ich schaffe die Fischer. Mach schneller, schnell, 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 schnell. Natürlich von hinten. Nein. Das ist unfair, du Arsch. Unfair. Weißt du das? Hier, Alter. Ich rums dich tot. Komm. Fisch, du Scheiße. Fisch, Alter. Homo-Fisch. Na, Munition. Na, Munition. Na, Munition. Na, Munition. Na, Munition. Na, Munition. Schöre ich, schöre ich. Nein, ich habe noch nichts besser. Ja, ich habe schon wieder keine Munition. Ich habe ab. Das ist sinnlos hier. Irgendwie da was zu meinen, weil... Egal, was du machst, du stirbst immer. Ich habe ja jetzt keine Stase mehr, ne? Aus Netherland. Da ist noch was. Boom in your face, ey. Kommt noch einer, ihr Huren-Sinne. Fick mal da. Gib mir das. Na, ey. Machst du nicht nochmal. Das machst du nicht nochmal. Wo ist nebenbei bemerkt der Weg? Da muss ich eigentlich lang. Vermischte, du Arsch. Ficken. Fick dich. Slowmotion gestorben, ja. Fick dich. Fick dich. Selber, Alter. Natürlich hat er das überlebt, ey. Für mich hat er keine Munition. Ah, doch. Oh, 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 oh. Bam! Sag mir jetzt, wo der Weg ist, man. Go jetzt. Hier oder was? Fisch. Mann! Immer das rumgelade. Fisch, Alter. Ey, wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Ich bring alle um jetzt. Was, darf ich den Scheiß nochmal machen? Nö, ich glaube, geht's durch. Ist mir doch scheißegal. Fickt euch hier oben aus, Alter. In meinen Schwarzlutsch. Natürlich, ja, natürlich, 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 ja, mhm, ja, hat null Munition. Und die kommen als drauf. Als drauf kommen die. Boah. Du Fischerleins. Mach! Mach! Von dem Zeug werde ich auch noch krank mit dem Scheiß Negros, ey. Ach. Du Fischerleins. Ja, 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 chill, einfach noch. Ja, 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 chill, einfach noch. Warte mal Ey Der Bug Der kommt man Spielt alle Ja Rungebacke ey Es ist das beste Spiel ever Beste Spiel Kauft es euch Spielt es Ja Legt euch auch so auf wie ich Sag mal Wo ich schießen du das Ich habe keine Munition Ich habe keine Munition Ich gehe mir nicht auf den Sack Ey Ich habe schon gesagt Gehen wir nicht auf den Sack So Auf jetzt Auf Auf Gibt es hier keine spitzen Dinger oder so Ich den einfach das Dingern Dass ich das Hals rammen kann Oh geht weg Mann Ich liebe es Jeden Tag Aufs Neue Hallo C Aufladen bitte jetzt Dankeschön Geh mir nicht auf den Sack Geh mir nicht auf den Sack Geh mir nicht auf den Sack Wieso kommt er immer da? Stab mit, ey. Stirb. 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 Stirb einfach. Nein, das ist schwer, sehr. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Von denen gibt es auch Millionen von Viechern, ne? Ich weiß, wie ich es mache. Ich renne jetzt durch und mache dann einen in Stase. So kann er mich nicht killen. Auf jetzt. Weil das ist mir, das ist nicht dumm. So, jetzt go, 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 go. Go, 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 Power Rangers. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. So machen es Profis. Ja, 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 ja. Ficken. Ficken, fick. Woher? Woher? Leute, du bist ein Stase-Kolleg. Fisch, alter. Okay. Okay. Der will's so haben. Bitte. Direkt hingehen und den Suppenocken, dass er nicht mal weiß, wo Humum unten ist. Wir wollen ein bisschen mehr Schmuggles, kollegisch. Ja, und jetzt nehmen wir uns das. Ich bin jetzt nicht mehr Schmuggles. Ich bin jetzt nicht mehr Schmuggles. Ich bin jetzt nicht mehr Schmuggles. Man! Die Fähigkeiten sind so peinlich. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr hier. Ich bin jetzt nicht mehr Schmuggles. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, in die Kiste rein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, rumgebaggelt. Hm, ja. So habe ich zum Spiel gehören. Dass ich rumgebaggt werde, das ist schön. Ich bin jetzt merkwürdig. Aber drüben! Ich bin jetzt Angst. Ich bin jetzt echter. Ich bin jetzt hier ein paar Wangen. Ich bin mitφürdig. Das ist sicher. Und das ist echt okay. Ich bin jetzt nicht richtig, äh. Du bist auf ein paar Jahre. Ja, ich bin jetzt nicht nervös. Da ist nicht direkt vor, oder? Stierb! Ich spring auch 100 Meter hoch. Sieh mir das. Fick dich. Life sucks, hä? Ah, er ist tot. Idiot, ey. So. Oh, ne, 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 ne. Naja, ficken, Alter. Drei, drei. Go jetzt. Bayou bist du so schnell. Oh, Starse, bitte. So, kann ich mit der Waffe netten. Boah, ich hab dir grad voll den Headshot verpasst. Also wenn du das überlebt hast, kollege. Was macht's? Hallo? Ist das so, Munition verschwendet, weil ich eigentlich nur stampfen wollte. Ach so, oh, so. Umschalttaste, ich a anderer Modus, fertig, ich a gut zu wissen. Trotzdem baue ich Munition hier. Immer noch kein Leben, immer noch keine Leben, hier fallen, alter, alter, alter. Es musste natürlich von hinten kommen, es musste, es musste einfach von hinten kommen. Ich kann mich spinnen, alter. Das wird nix, das ist jetzt eine Folge lang nur sterben. In einem Level. Ich kann nicht durchwaschen, weil dieser scheiß Mongo auf einmal rumcheatet, wie verrückt. Die Wichsers, von denen gibt es 50 Millionen. Ich glaube, die spawnen dort, ey. Die. 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 Die ab. Die. 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 Auf! Zumachen! Auf! Jaaaa! Ich hab's geschafft! Mongo-Fiecher, Alter! Auf! Ficke dich, Alter! Du auch! Glaubst du, ich hab dich nicht gesehen, oder was? Ja, den hab ich jetzt nicht gesehen. LOL, in der Dicke, ey. Du bist die Stoht, Mann. So. Ich hab, Teile gibt's keine, ne? Neue. Jetzt nix besonderes, jetzt... ...entdeckt. Ja, verkaufe. Ja, ja. Ich könnte eigentlich Munizium vertragen, aber... Was hab ich eigentlich? Nein! Ich wollt' gucken, was ich hab. Egal. Wir hören jetzt auf. Die Folge geht mir nämlich übelst auf unser Grad. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!